Heyo Robben, man kennt dich von irgendwoher Überleg dir die Schritte, du schäbiger Zwerg Und stell dir vor, wie ist es, das Ding hier zu gewinnen Denn wir spielen W.O.T. auf Siegerkrasse 3 Na? Yo, oh man, wir haben ein Panzer geschenkt bekommen Oder ich, oder du, oder wir beide L.T.P. heißt der Haben sie wohl keinen besseren Namen gefunden Und ich hab schon wieder vergessen auf die Uhr zu gucken Aber ja, okay So Ja Ich bin bereit Jederzeit Top in Form Wir nimm beide den gleichen Panzer Ah, ich drück auf senden, bin ich bescheuert Ja Mal gucken, ob uns das Internet heute mag In den Kommentaren gab es ja leider Also es gab ja überhaupt gar keine Kommentare Das habe ich ja Ne Und Was wollte ich denn sagen Ich hab vergessen, was ich sagen wollte Oh, du Scheiße Hast keine Lust zu reden, Robin? Doch schon, aber du hörst dich so ein bisschen abgehackt an Ach so, soll ich vielleicht lauter reden? Ne, ich glaube, das liegt ein bisschen an Internet, glaube ich Ich hab gute Verbindung Digga, mein Hamster läuft hier auf Hochtouren Wenn du verstehst, was ich meine Wenn du verstehst, was ich meine Wenn du verstehst, was ich meine Ja, sicher Ja, sicher Ist du heute lustig, Alter, ey Oh Mann, irgendwas wollte ich sagen, Alter Was ich meine Ja, ich weiß nicht, ich hab vergessen Weil irgendwas zu dein Let's Play ist noch wie du das vielleicht regelt oder so Ne, das hab ich in den anderen Videos noch schon gesagt Ja, also Leute, ich muss euch sagen Also war heute wieder sowas von scheiß stressig Ihr glaubt jetzt nicht. Ey, nein. Weißt du, was die 1-Haste, wenn Leute dich anfahren? Kennst du das? Du kannst doch mal reden, Alter. Das ist nicht so, ne? Robin. Ja? Reden. Du. Was soll ich? Du kannst irgendwas reden. Ich kann reden, ja. Aber ich höre dich abgehackt. Ja, aber liegt nicht am Internet. Ich habe nur einen derbegeilen Ping, Alter. Also an meinem Internet liegt es nicht, ob du es willst oder nicht. Halt, stopp, jetzt rede ich. Dann rede doch. Ja, ich weiß aber nicht was. Alter. Alter. Ich hab dir mal einen richtigen reingedrückt. Ich, ne? Ne, der Panzer B2. Ich hab dir gerade den Kornnetz da angedrückt. Oh, pass auf, Panzer 1C. Kommt von links. Oh, man sagt doch nicht die ganzen Namen hier, weil sie so oder so nicht. Robin! Oh mein fucking Gott, Robin! Ja. Oh, jetzt hat er ihn mir geklaut. Boah. Bist du auf M3 Lee? Ah, ne, da bist du gar nicht. Autsch, 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 Autsch. Ich folge mal hier der Tolkien-Gruppe hier. Hey, oh Robin, man kennt dich von irgendwoher. Überleg dir die Schritte, du schäbiger Zwerg. Stell dir vor, wie ist es, das Ding zu gewinnen. Boah, ich bin tot. Aber ich guck dir zu, keine Angst, Charlie. Mach dir nix draus, ne? Bist du ja im Clan, du musst das ja können. Alter, ich sag's dir, gepackten Dampf. Du mit deinen 34 km Hader. Fahr, Charlie, fahr! Alter, hinter dir ist voller fette Panzer. Los, gib Gas. Ihr fährt erst mal gegen Stein. Oh, jetzt bin ich hingeblieben. Aber dieser, ey, der kleine, der große hinter dir lässt dich schön vorfahren, ne? Hast du das gesehen? Ja. Der denkt sich auch, der darf, brauche ich nicht draufgehen. Ayonia, na, wir haben nur noch vier Panzerhalter. Na, sehen wir auf der Map, aber eigentlich schützt ja mal links, mal wieviel kannst du mir haben, und wir haben ja 6. Ja, hab ich auch grad gesehen. Hier in 6 Punkte. Wow, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Du fährst aber auch kackendress weiter. Du sagst, das sieht nicht gut aus und fährst weiter. Du bist auch geil. Oh, hab ich ein Glück. Jetzt bleibt da schön im Kreis stehen und da... Ah, die Artikums. Ja, da soll die mal ruhig kommen. Da kommt noch einer. Da links, links, Charlie, links. Wir haben verloren. Habt man's auch so gut, der Hitzer? Wir haben so oder so verloren. Das erlebt noch der Carl Anders. Oh, meine Leute, ich sag's euch. Das wär echt nicht mal eine Runde für uns. Und, ähm, ja. Deswegen sagen wir, wir verabschieden uns hiermit mit der Niederlage und sagen bis dann, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.